Willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video bezüglich Verzweigungen, implementiert mit MatCat. Wir werden hier mal einen ganz anderen Anwendungsfall kennenlernen, als wir den bisher angeschaut haben. Bisher haben wir uns ja darauf konzentriert, wie man zum Beispiel mittels Verzweigungen so gewisse Tabellenstrukturen ausdrücken kann. Und hier schauen wir uns mal einen Anwendungsfall an, der, glaube ich, auch interessant ist, gerade für technische Bereiche, nämlich um bestimmte, in dem Fall wirklich mal mathematische Funktionen auszudrücken. Das Problem gerade bei technischen Anwendungsfällen ist, dass die meisten Funktionen, die zum Beispiel Materialverhalten beschreiben, ich habe ja einfach mal den Beton genommen, weil der jetzt im Bauwesen am weitesten verbreitet ist, sich nicht klassisch mathematische Funktionen sind. Das heißt, das sind keine durchgehenden, stetigen Funktionen. Nehmen wir zum Beispiel mal hier die Arbeitslinie von Beton, dann sieht man hier deutlich, naja, da kriegt es einen Anfang, das könnte man hier als linear annehmen. Dann hätte man hier vielleicht eine Parabel und dann kommt hier vielleicht nochmal eine andere Parabel. Also mal ganz kurz hier darstellen, was ich meine. Ich nehme mal einen benutzerdefinierten Stift und sage mir, ich mache jetzt hier meine Grenzen ein, sage meinetwegen, okay, bis hierhin ist es eine Parabel. Es ist eine lineare Funktion, das könnte man als linear annehmen, idealisiert versteht sich. Und jetzt könnte man sagen, okay, ich mache es mal hier so frei, vielleicht bis hierhin ist es eine Parabel und das, weil es immer noch gebogen ist, könnte auch eine, noch eine weitere Parabel sein, ja, die dann hier fortgeführt wird. Jetzt werde ich das mal so ein bisschen weiter zeigen, bis es vielleicht etwas deutlicher wird. Dazu nehme ich hier mal einen schwarzen Stift und das wäre die lineare Funktion, die geht natürlich jetzt von mir aus im Minus, im Endlichen los und geht dann theoretisch hier ins Positive, Unendliche. Hier wird das hier unsere Parabel, das wäre jetzt hier unsere Parabel, wenn man die jetzt sicher weiterdenkt, und man verwendet dann halt nur diese Ausschnitte. Bitte sehen Sie mir das nach, dass ich hier am Bildschirm nicht so schön zeichnen kann. Das könnte zum Beispiel die Parabel sein, ungefähr, wenn man es als Parabel nimmt, ja, manchmal ist es zum Beispiel auch eine kubische Funktion. Also, äh, oder exponentielle und so weiter, kann auch der Fall sein, ja, zum Beispiel hier oder so, bei den anderen beiden Funktionen, äh, könnten manchmal auch andere Funktionen zum Fahrrad kommen. Hier machen wir uns nochmal schnell hier, vielleicht tun wir uns das so hier weiterdenken. So, das heißt, man benutzt dann im Prinzip, um diese Arbeitslinie hier darzustellen, benutzt man im Prinzip drei Ausschnitte von drei verschiedenen Funktionen. Ja, hier der erste, ich schreibe mal wieder um, damit Sie meinem Cursor besser folgen können. Ich glaube, muss ich jetzt eine Radiokummi nehmen oder irgendwas. Ja, hier Radiokummi, sehen Sie besser. Also, der erste Teil wäre dann hier der Ausschnitt dieser linearen Funktion. Dann würde man so eine Parabel nehmen, die halt hier nach unten geklappt ist. Und dann würde man nochmal, ich nehme jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei einer Parabel, nochmal diesen Ausschnitt einer anderen quadratischen Funktion wählen. Und wie man so eine Funktion zusammenbauen kann, das werde ich jetzt zeigen in ein paar Beispielen. Zunächst erstmal nur theoretische Beispiele, wo wir das nur rein theoretisch betrachten. Und dann zum Schluss noch ein paar Beispiele, wo wir das Ganze auch wirklich praktisch für ein Anwendungsverhalten im Bauwesen anwenden werden. Kommen wir zu unserem ersten Beispiel. Und zwar haben wir hier mal so einen Fall, wo wir quasi hier eine Funktion haben. Das ist die rote Funktion, die sich quasi immer aus verschiedenen linearen Funktionen zusammensetzt. Zunächst hier aus dieser, aus der blauen, die heißt hier f1 von x. Dann hier zwischen minus 1 und 2. An diesem Bereich ist es, an diesem Abschnitt von der grünen Funktion, das wäre f2 von x. Und ab 2 gilt dann f3 von x, also hier diese braune Funktion. Ja, und das wollen wir jetzt mal aufstellen und entsprechend hier mal eingeben, wie man sowas macht, wie man sowas machen könnte. Ich werde ja ein paar Verfahren zeigen, wie man das in MatCat angehen kann. Zunächst sehen Sie hier erstmal die allgemeine Form einer linearen Funktion. Die habe ich mal hier aufgeschrieben. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Funktion eine Funktion von drei Parametern. Natürlich von x sowieso. Ja, das sieht man ja auch hier. Aber wir wissen im Prinzip noch nicht, wie ist hier der Anstieg k und wie ist die etwaige Verschiebung d für die einzelnen Funktionen. Weil die müssen wir erst berechnen. Deswegen ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Funktion mit drei Unbekannten. So, und im nächsten Schritt werden wir das Ganze jetzt hier mal berechnen. Zunächst wollen wir jetzt mal die Funktion f1 ermitteln. Ja, wir müssen quasi für die Funktion f1 die zwei Funktionsparameter, die halt die lineare Funktion ausmachen, k1 und d1 bestimmen. So, um diese Parameter zu bestimmen, brauchen wir ein paar Punkte dieser Funktion f1 hier aus dem Diagramm. Also hier auch dieser blauen Funktion, die kann man ja jetzt hier ablesen. Und dazu baue ich mir jetzt hier eine Tabelle ein. Gehe also hier auf Matrizen und Tabellen. Gehe auf, was haben wir da, zwei genügend in unserem Fall haben, zwei unbekannte, also genügend zwei Punkte. Die Unbekannten sind k1 und d1. Die Vektoren nenne ich einfach mal x1. Ah, das war jetzt wieder. x1 und y1. Das sind quasi die Koordinaten, die wir jetzt hier ablesen wollen. Ich zoome mich mal ein bisschen besser ran. So, dann sehen Sie das vielleicht noch etwas deutlicher. Und jetzt holen wir uns hier ein paar Punkte rein. Und zwar der erste Punkt ist bei minus 3 und 0. Das ist eine Nullstelle. Sieht man hier schön. Den tragen wir hier ein. Also minus 3 und 0. Im Übrigen gibt es noch einen Platzhalter für die Einheiten. Dadurch, dass wir das Ganze hier rein mathematisch erstmal betrachten wollen, also komplett theoretisch, spielen jetzt Einheiten keine Rolle. Ja, hätten wir jetzt irgendeinen mathematisch-technischen Zusammenhang oder physikalischen Zusammenhang, dann könnten wir hier noch Einheiten eintragen. Aber wir machen das momentan nur rein mathematisch. Deswegen können wir das weglassen. Das nur hier angemerkt. So, machen wir noch einen zweiten Punkt. Und gucken mal, ob wir einen schön ablösen können. Hier minus 1 und minus 1 wäre jetzt auch noch ein Punkt hier. Dieser hier. Also, wo die nächste Funktion losgeht, den können wir auch gleich mitnehmen. Also, sagen wir hier minus 1 und 1 wäre noch ein Punkt. Jetzt haben wir quasi uns ein paar Punkte rausgezogen, anhand derer wir dann unser Parameter bestimmen können. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen wir es mal damit bewältigen. Du sagst mal, dass wir es so stehen lassen. Wir werden an späterer Stelle dann uns die beiden Unbekannten bestimmen. Aber ganz wichtig, also hier für den Bereich x kleiner minus 1. Also, hier gilt quasi die Funktion f1 von x. Jetzt kommt der weitere Bereich. Das ist jetzt der Bereich x größer minus 1 und kleiner 2. Ja, das ist dieser. Du kriegst größer gleich minus 1 und kleiner gleich 2. Da gilt im Prinzip f2 von x. Das ist eine Konstante. Das ist immer dasselbe Wert. Das sieht man hier, diese horizontale Ausrichtung. Das vereinfacht hier einiges. Daraus folgt. Und das können wir jetzt gleich mal eintragen hier. Ich gehe jetzt jetzt hier auf Rechnen. Füge hier ein Rechenteil ein. Und schreibe jetzt gleich die Funktionsgleichung auf. Also, das wäre dann f2 von x. Doppelpunkt ist gleich. Und das können wir hier schön ablesen. Das ist minus 1. Äh, 1. Plus 1. Y-Wert ist immer 1. Das heißt, die Funktionsgleichung, da tun wir uns relativ leicht. Kommen wir zur dritten Funktionsgleichung. Das ist diese hier. Also, auch hier können wir jetzt mal so Punkte zusammensammeln. Also, hier müssen wir auch noch die beiden Parameter dieser Funktion bestimmen. Und ich kopiere mir einfach mal jetzt die Tabelle runter. Und tausche hier die Punkte aus. Allerdings zunächst die Namen. Das wäre dann x3 und y3. Das sind halt hier die bekannten Punkte der dritten Funktion. Und schauen wir mal, welche Punkte wir da haben. Da haben wir hier einmal 2 und 1. Und das Punktepaar 3 und 2. Also, hier haben wir es. x wäre 2 und y 1. Und der zweite Punkt war dann 3 und y wäre 2. So. Okay. Jeder, was das mit das y hier soll, das kann man rausnehmen. Ja, jetzt können wir, jetzt haben wir quasi hier mal die Punkte rausgesucht. Die Stützpunkte, anhand deren wir die Funktion bestimmen können. Wie gesagt, entscheidend ist hier, wir haben zwei Unbekannte, die wir brauchen, damit die Funktion halt was berechnen kann. x ist sowieso unsere Laufvariable. Also, die gilt jetzt in dem Fall nicht als unbekannt. Aber wir brauchen die Werte k und d. Erst wenn wir diese beiden Werte haben, können wir dann unsere Funktionsgleichung aufstellen. Wichtig ist, das gilt nur für eine lineare Funktion. Hät man jetzt eine Parabel oder so, dann können es drei Unbekannte sein. Ja, oder es kann auch bei anderen Funktionen noch mehr Unbekannte sein. Ja, das ist natürlich jetzt bei so einer linearen Funktion, deswegen habe ich auch das Beispiel als Einführungsbeispiel genommen, relativ einfach. Das könnte man zur Not im Kopf auch berechnen, da braucht man nicht wirklich MadCat dazu. Aber das kann natürlich wesentlich komplizierter sein, wenn die Funktionen nicht so einfach sind, wie jetzt in diesem konkreten Fall. Ja, jetzt zeige ich dennoch, obwohl es jetzt relativ einfach ist, hier mal ein paar Varianten, wie man das mit MadCat lösen kann. Die haben jetzt theoretisch hier ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten. Und hier mal eine Variante, das zu lösen. Und zwar, der Klassiker wäre, das Ganze über einen Lösungsblock zu machen. Ja, der Lösungsblock hat den Vorteil, dass er auch Lösungen finden, also Näherungslösen finden kann, also numerische Lösungen. Ja, das Ganze lässt sich natürlich analytisch lösen, das heißt eindeutig lösen. Ja, aber über einen Lösungsblock könnte man auch Näherungslösungen finden. Das gilt vor allen Dingen dann für irgendwelche Optimierungs- und so weiter Funktionen. Das nur als Hinweis. Ja, also mit Lösungsblock tun Sie normalerweise jetzt hier mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dennoch möchte ich das jetzt zeigen, wie der funktioniert bei dieser Gelegenheit. Denn ich möchte nicht nur hier die Verzweigung Ihnen näher bringen, sondern auch so ein paar Tipps und Tricks hier in MadCat mit an den Mann oder die Frau bringen. Also gehen wir hier auf Lösungsblock. Und ganz wichtig ist, Sie brauchen bei so einer numerischen Lösung oder bei so einem Näherungsverfahren brauchen Sie immer ein paar Startwerte. Ja, das Ding kann nicht irgendwo anfangen im Minus- und Endlichen, Plus- und Endlichen. Sondern Sie müssen einfach sagen, fange da und dort an. Und das können ein paar Werte sein, die Sie einfach annehmen. Ja, zum Beispiel in dem Fall sage ich einfach K1 ist gleich 1. Ja, umso näher diese Werte schon der Lösung liegen, umso genau sie geschätzt haben, umso schneller ist dann auch das Verfahren. Ja, Sie werden sehen, bei so einer einfachen Geschichte macht das kaum einen Unterschied, weil das Verfahren das relativ schnell lösen kann. Aber wenn Sie jetzt komplexere Aufgaben hätten, dann wäre das natürlich zu empfehlen, dass Sie nicht irgendwelche Werte nehmen, sondern falls Sie da irgendwie schon ein paar Vermutungen haben, wo das ungefähr liegen könnte, dann sollten Sie diese auch hier eintragen. Ich mache es hier bewusst einfach mal ins blaue Geschossen und werde jetzt hier, das sind meine Schätzwerte. Und dann gebe ich jetzt hier eine Ungleichung ein, ja, oder ein Gleichungssystem ein, was ich quasi auflösen möchte. Und das kopiere ich mir einfach von hier oben. Ja, da kann ich das hier nehmen, meine Funktion, die habe ich ja hier oben schon definiert, die übernehme ich gleich. Steuerung C. Okay, trage die hier unten ein, muss allerdings jetzt hier für X was eintragen und dann nehme ich den Vektor X1. Den trage ich jetzt ein und den setze ich gleich. Aufpassen, wenn ich jetzt das Ganze hier gleich setze, muss ich hier dieses fette Ist gleich nehmen, weil das eine Gleichung ist, beziehungsweise ein Gleichungssystem ist das, ja. Ich schreibe es nur als Gleichung hin, aber in Wirklichkeit ist es ein Gleichungssystem, ja, weil Sie geben ja hier zwei Vektoren ein. Ja, genau, zwei Vektoren mit zwei Werten, das heißt, Sie haben ja eigentlich zwei Gleichungen, ja, die hier stehen. Aber man kann das quasi vereinfacht, oder in einer Kurzschreibweise kann man das so zusammenfassen. Ist gleich Y1. Y tiefgestellt 1, ja, und deswegen muss hier ein fettes Ist gleich rein, ja. Bitte kommen Sie nicht auf die Idee, das hier mit diesem Doppelpunkt Ist gleich zu machen, ja, oder mit dem numerischen Aus, oder wo haben wir das hier mit diesem Ist gleich? Ja, das bitte nicht, das muss hier dieses vergleichende Ist gleich rein, weil wir sagen einfach, rechte Seite ist gleich linke Seite. Das bedeutet, dieses fette Ist gleich. Ja, wenn wir das gemacht haben, das ist quasi unser Gleichungssystem in der verkürzten Schreibweise. Und dann kommt jetzt hier unsere Lösungsanweisung, beziehungsweise, wie heißt das hier, muss ich ein bisschen auseinanderziehen. Dass das System relativ einfach ist, kann man es jetzt, ja, Gleichungslöser heißt das. Das sind quasi hier die, halt hier nochmal ein bisschen Platz reinmachen, das sind quasi die Schätzwerte, die Startwerte, das sind die sogenannten Nebenbedingungen. Und jetzt kommt hier unser Gleichungslöser. Die Nebenbedingung ist, dass halt diese Gleichungen, diese zwei Gleichungen erfüllt sind. Und der Gleichungslöser kommt jetzt hier hin, das heißt, was ist jetzt hier gesucht? Und das geben wir jetzt hier ein, also das geben wir in Form eines Vektors ein. Das sind ja quasi zwei Werte gesucht. Und dazu gehe ich hier auf Vektor und sage D1 ist gesucht. Halt, die müssen wir uns noch K1 und D1 nennen. Ah, wieder K1 und D1. Das ist da oben aber die ganz allgemeine Form. K1 und D1. Dann sagen wir hier, das ist dann D1, was wir suchen. Und K1 suchen wir. Und jetzt gehen wir hier, wie wir das, jetzt tun wir das quasi bestimmen und zuordnen. Und das macht die Funktion Find. Dazu gehe ich hier auf Funktionen, alle Funktionen und suche immer Find. Sie können das im Prinzip auch schreiben, ja, Sie müssen das nicht wirklich eingeben. Ich hoffe, das ist erst die richtige. Ja, das dürfte die richtige sein. Und rufen Sie jetzt hier auf. Wie gesagt, Sie brauchen nicht was Detten gehen. Im Unterschied zu den Programmierstrukturen, ja, die müssen Sie, die dürfen Sie nicht schreiben. Die müssen Sie wirklich hier anklicken. Die Funktionen dürfen, können Sie normalerweise auch einfach hinschreiben. Ich möchte Ihnen halt nur zeigen, wo Sie die in Ihrer Bibliothek finden, weil hier haben Sie noch so ein bisschen ein paar Läuterungen dazu. Ist nicht ganz so komfortabel wie im Excel. Dennoch, ja, kriegen Sie hier so mehr Informationen, als wenn Sie einfach hier losschreiben würden. So, ich mache es wieder aus, um hier Platz zu sparen und gebe jetzt hier meine Parameter ein. Was suche ich? Ich möchte finden K1 und D1. Also Sie sehen, man könnte durchaus auch nach mehreren Parametern hier suchen. Aber wir haben ja nur zwei. Und jetzt können wir das Ganze auswerten lassen. Gehen wir auf Ist gleich. Und er gibt uns das entsprechend aus. Sie sehen, das ging relativ schnell, weil das Ganze natürlich relativ einfach ist. Und man hätte das auch ohne so einen Lösungsblock machen können. Das zeige ich dann gleich danach. Allerdings, deswegen zeige ich den Lösungsblock. Der funktioniert natürlich auch bei wesentlich komplexeren Sachen. Und wie gesagt, er liefert Ihnen sogar Näherungslösungen. Das heißt, er kann Aufgaben lösen, die eben nicht analytisch zu lösen sind. Ja, wie jetzt unser Beispiel, das kann man durchaus analytisch lösen. Aber Sie werden oftmals auch Aufgaben bekommen, die eben nicht analytisch zu lösen sind, beziehungsweise nicht so einfach. Und da leistet dieser Lösungsblock dann wertvolle Dienste. Ja, jetzt können wir die Funktionsgleicher mal aufstellen. Das mache ich jetzt dahinter. Jetzt, wo wir das bestimmt haben, können wir sagen, F1 von X, Doppelpunkt ist gleich. Und wir setzen einfach in die allgemeine Form jetzt hier unsere Parameter ein. Also das heißt, wir sagen, unser F1 von X, wenn wir die dann später verwenden wollen, ruft jetzt die allgemeine Form hier oben auf, die wir hier oben schon definiert haben, und reicht an ihr unser X weiter. Das bleibt ja ein Funktionsparameter. Und sagt aber dann, setze für K, also für das K und für das D das eben berechnete D1, beziehungsweise K1 ein. Also nächstes fangen wir mit K an. Also K, K1 und D1 ein. Und jetzt können wir das zur Kontrolle nochmal ausgeben und gucken, wie das aussieht. Dazu geht man hier auf das Symbolische und sagt hier, gib das mal aus. Und dann rechnet eine Weile. Ja, jetzt können wir jetzt hier das Ganze nochmal ausgegeben. Das wäre jetzt hier die Funktionsgleichung für die Funktion F1 von X, also für diese hier. Das ist die blaue, dürfte das sein. Ja, diese hier. Ermittelt mit dem Lösungsblock. Ich möchte Ihnen bei der Gelegenheit noch ein weiteres Verfahren zeigen, wie man das auch machen könnte, nämlich mit dem symbolischen Lösen, was man auch schon mal kennengelernt hat. Mit dem kann man auch Gleichungssysteme lösen. Aber ich sage es gleich dazu, das sollten Sie eher verwenden, wenn es analytisch zu lösen ist und wenn die Gleichung nicht allzu kompliziert ist. Also der Vorteil ist, das Ding funktioniert relativ häufig, während das ja nicht unbedingt bei jeder Lösungsfindung funktionieren kann, beziehungsweise vor allen Dingen dann nicht, wenn das Ganze nicht analytisch zu lösen ist. Aber machen wir es mal. Wir gehen also hier auf. Ich tue einfach mal einen Punkt definieren, weil das Ergebnis erfolgt jetzt ein bisschen anders. Deswegen nenne ich das Ganze hier P3. Da kommen meine Werte rein, die ich suche, also P3. Dann Doppelpunkt ist gleich. Und jetzt rufe ich hier wieder meine allgemeine Funktion auf. Die kopiere ich mir. Und setze jetzt hier allerdings für das X hier meinen Vektor ein, also hier das X3. Kann man das ja sich so einfach so kopieren? Ja, ich möchte jetzt mal bewusst die Werte einfügen und nicht die Namen, hätte ich auch die Namen nehmen können, damit Sie das mal sehen. Das war jetzt das X. Hier machen wir jetzt aus dem K3 ein, also aus dem K3, also in D in D3. Setzen das Ganze wieder gleich. Gehen wir da auf, das Werte ist gleich. Wie mit diesem Vektor. Ja, ich würde mal ganz bewusst diese Schreibweise verwenden, damit Sie auch noch mal sehen, was ich mit dem Gleichungssystem meine. Und jetzt können wir das Ganze wieder auflösen. Gehen wir jetzt hier auf das Solve. Wo haben wir es? Ja, Solve. Und was wollen wir auflösen? Wir wollen das Ganze auflösen nach K3, Komma, D3. Halt. D3. Wieder nicht tiefgestellt. Jetzt haben wir es. D3 und lassen wir es mal machen. Und jetzt bekommen wir hier das als Lösung an. Also für K3 dann 1 und für D3 minus 1. Und die Lösung schreibe ich hier in diese Variable P3 rein. Das ist quasi hier in diese Variable reingeschrieben, damit ich jetzt hier damit arbeiten kann. Das heißt, im nächsten Zug baue ich jetzt hier meine Funktion F3 wieder zusammen. F3 von X. Genau wie wir es oben gemacht haben. Gehen wir auf Doppelpunkt ist gleich. Rufe wieder die allgemeine Form von hier oben auf. Ja, übergebe ihr das X und trage jetzt anstelle von K hier P3 ein. Also aber der erste Wert nur von P3. Aufpassen, das ist jetzt eine Matrize. Das ist ja hier eine Matrix-Schreibweise. Das ist quasi jetzt nicht untereinander geschrieben, sondern nebeneinander. Deswegen Matrize. Also müssen wir jetzt sagen P. Das war jetzt hier. Also P, tiefgestellt 3. Das ist nur ein Name. Jetzt gehe ich auf Index, um halt den ersten Wert von diesem Wert hier anzusprechen. Gehe ich jetzt hier auf Index und sage hier 1,1. Dann Komma. Haltes Bild noch hier unten. Da mache ich jetzt ein Stück hoch. Das ist immer nicht so einfach, hier wieder rauszukommen. Das macht mit der Falltaste Tastatur. Jetzt bin ich quasi hier dahinter. Gehe auf Komma und kopiere mir das jetzt hier einfach wieder. Das ist doch ein bisschen mühsam, das einzutippen. Und P3 bleibt. Allerdings ist es der Wert 1,2. Jetzt komme ich hier unten nicht mehr rein. Gehe jetzt mal kurz raus. Nochmal hier rein. Jetzt bin ich hier unten. Und kann das Ganze nochmal hier ausgeben. Symbolisch. Damit ich es nochmal zur Kontrolle habe. Gehe jetzt hier auf. Oh, da meckert er rum. Wo liegt der Fehler? Ja, ganz klar. Ich habe hier keine P. Ein bisschen ranzoomen. Ein bisschen mehr zoomen. Da sieht man es deutlicher. Hier, das ist natürlich nicht P1,3, sondern P1,2. Ja, das ist quasi hier die erste Zeile. Und der zweite Wert. Und das wäre die erste Zeile der Matrix und der erste Wert. Und dann sehe ich, dass die allgemeine Form so aus. x-1 wäre jetzt die Funktionsgleichung für die dritte Funktion. Das war, das nochmal zu zeigen, hier die braune. Also diese hier. So kann man das lösen. Wie gesagt, ich kann sie unten nochmal schnell rausholen. Mal gucken, ob es auch so gegangen wäre. Ja, wenn ich es einfach x3 und y3 genannt hätte. Können wir kurz eingeben. Also x3 und hier y3. Hätte auch funktioniert. Also das sind so verschiedene Schreibweisen, die ich Ihnen jetzt mal so vorstellen wollte. Rein theoretisch hätten Sie, wenn Sie diese Schreibweise verwenden, sich auch diese Matrize hier sparen können. Ja, oder wenn Sie halt vorher die Punkte nochmal rausschreiben wollen, dann können Sie natürlich in Form einer Tabelle machen und dann mit diesen Vektoren arbeiten. Das sind halt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Wie gesagt, die analytische Variante über den sogenannten symbolischen Löser, diese hier, wie gesagt, würde ich nur verwenden, wenn das relativ einfach ist. Wir haben ja gesehen, das dauert schon eine Weile und vor allen Dingen muss das auch lösbar sein. Ja, während der Lösungsblock findet manchmal auch, das ist ein numerisches Verfahren, findet manchmal auch dann Sachen, die eben nicht analytisch lösbar sind. Ja, das Ding ist im Prinzip wesentlich leistungsfähiger. Gerade für mathematisch-technische Zusammenhänge, weil uns Ingenieure interessiert manchmal nicht unbedingt die ganz exakte mathematische Lösung, sondern wir sind in der Regel auch schon mit Näherungslösungen zufrieden. Ja, und da ist natürlich der Lösungsblock oftmals dann das bessere Werkzeug. Ja, aber in unserem konkreten Fall hätte man hier beides nehmen können. Es gibt noch andere Varianten, das Ganze zu lösen, aber ich möchte das nicht zu sehr ausdehnen. Die zwei sollen genügen. Und jetzt können wir unsere Funktionen zusammenbauen. Wir haben jetzt die einzelnen Funktionsgleichungen bestimmt. Also wir haben jetzt quasi hier unsere Funktionen F1, F2 und F3 bestimmt und möchten jetzt quasi hier unsere eigentlichen Funktionen zusammenbauen, nämlich die Funktion F von X, die sich eben abschnittsweise stetig ist, also aus diesen einzelnen Abschnitten der drei Funktionen zusammensetzen soll, je nachdem welchen Bereich von X ich mich gerade befinde. Und dazu brauchen wir jetzt wieder unsere Verzweigung. Wir könnten das Ganze natürlich auch mit einer Wenn-Funktion machen oder halt mit den Programmierkonstrukten, die wir hier oben haben. Ich mache es mal hier zunächst mit der Programmierung, gehe also hier auf F von X, dann Doppelpunkt ist gleich, einfach Doppelpunkt eingeben. Und das ist im Prinzip nur eine Verzweigung, deswegen gehe ich gleich auf IF. Was ist für eine Verzweigungsart eine Dreifachverzweigung, beziehungsweise in dem Fall eine Mehrfachverzweigung, also mehr als zwei Alternativen. Also F1, F2, F3, deswegen eine Mehrfachverzweigung. Jetzt muss ich bloß noch schauen, wo sind halt die Grenzen und die kann man jetzt hier oben ablesen. Wir haben sie eh schon mal rausgeschrieben, das kann ich mir jetzt hier kopieren. Also wenn X kleiner gleich kleiner minus 1 ist, dann gilt die Funktion F1 von X. Die haben wir hier, die können wir einfach jetzt hier an die weiter delegieren. Und jetzt gehen wir auf else if, gehen wir rein, dann auf else if und holen uns von hier oben die Bedingung. Das war dann X kleiner größer gleich 1 und kleiner 2. Das können wir hier etwas verkürzen. Warum, werde ich gleich erläutern. Man muss das nicht so schreiben. Also jetzt kommt hier dieser Bereich. Das wäre jetzt die ausführliche Variante. Wenn Sie das so schreiben, dann können Sie sowohl else if als auch also if verwenden. Ja, weil sich dann die Bereiche gegenseitig ausschließen. Wenn Sie das die Kurzschreibweise verwenden, dann, ich lasse es mal so stehen. Ja, vielleicht ist das so verständlicher. Ich tue das mal kurz von oben runter kopieren. Danach werde ich das Ganze in die Kurzschreibweise bringen. Gehen wir hier auf F1 von X. Okay, dann wäre es dann die Funktion F2 von X. Da haben wir einfach hier noch ein 2 draus. Und ansonsten, also else. Halt, da müssen wir nach hinterklicken, habe ich noch vergessen. Also hier Programmierung, dann else. Und dann hätten wir hier F3 von X. So, das wäre jetzt hier die ausführliche Schreibweise. Und ich werde das Ganze jetzt noch mal kurz hier mit also if machen. Ich nenne das Ganze hier mal F1 für die erste Version. Dann F2 für die zweite Version. Und mache hier mal ein also if rein. Dazu muss ich das hier leider wieder rausschmeißen. Das hier ist noch ein Strich zu viel. Das ist einfach nur Optik, aber es ist gar nicht so einfach, das wieder zu löschen, wie ich ja sehe. Das einmal drin ist. Jetzt. So, dann klicken wir hier dahinter. Und sagen hier also if. Und holen Sie die Bedingung rein. Dann hat man ja gesagt, F2 von X. Und F3 von X. So, das wäre jetzt eine zweite Schreibweise. Ich fahre jetzt noch eine dritte Schreibweise. Das wäre dann hier F römisch 3. Und das ist das Ganze abgekürzt. Ja, wie ich angedeutet habe, kann ich das, wenn ich mit else. Achso, das hätte ich die anderen kopieren sollen. Das können wir schnell korrigieren. Nehmen wir die. Wenn ich mit else.if arbeite, kann ich das hier vorne weglassen. Ich werde dann gleich erläutern, warum. Lassen wir uns erstmal kurz diese Schreibweisen hier aufschreiben. Dann kann man das hier kürzer schreiben. Und zum Schluss noch die vierte Schreibweise, die mir hier einfällt. Vielleicht gibt es sogar noch sechste und siebte. Aber die ist mir jetzt unbekannt. Das wäre dann mit der wenn- bzw. if-Funktion. Da wäre dann F tiefgestellt 4. Römisch 4 von x. Doppelpunkt ist gleich. Ich mache es wieder hier. Wie gesagt, Sie können die if im Unterschied zu den Kontrollstrukturen, können Sie theoretisch die if-Funktion hier einfach reinschreiben. Die müssen Sie nicht klicken. Die Kontrollstrukturen müssen Sie aber klicken. Sie können ja nicht einfach losschreiben, if oder so oder else if. Das wird nicht funktionieren. Das müssen Sie immer klicken. Ansonsten, wenn Sie die if-Funktion nicht einfach eingeben wollen, wenn Sie dann meinetwegen so ein bisschen eine Vorschau haben wollen, dann gehen Sie hier auf Funktionen. Hier sind Sie. Hier die Bibliothek. Dann muss ich das wieder rauslöschen. Das hat sich ja gemerkt. Und dann finden Sie unter stückweise stetige Funktionen. Das ist eigentlich der Hauptanwendungsfall der if-Funktionen in so einem Mathematikprogramm wie MatCAD. Deswegen stückweise stetige Funktionen. Genau, das machen wir jetzt eben gerade. Finden Sie auch hier die if-Funktionen. Können Sie meinetwegen jetzt auch hier einfach klicken. Oder halt einfach losschreiben. Ja, die Bedingung. Das können wir jetzt von der oder von der nehmen. Ist im Prinzip egal. Also das ist ja die erste Bedingung. Wenn das kleiner 1 ist, dann soll f1 von x gemacht werden. Jetzt muss man wieder die nächste if-Funktion aufrufen. Eine if-Funktion ist ja eigentlich eine Zweifachverzweigung. Ich möchte aber eine mehrfach ausdrücken. Also drei Alternativen. Deswegen muss ich also zwei Zweifachfunktionen miteinander verschachteln. Dann bekomme ich drei Alternativen. Das machen wir jetzt. Rufen wir also wieder die nächste if-Funktion auf. Und hier aufpassen. Immer schön die Klammern setzen, damit Sie das dann nicht durcheinander kommen. Also gleich if und Klammer auf, Klammer zuschreiben. Und geben jetzt hier diese Bedingung ein. Ich mache mal wieder die ausführliche Schreibweise. Und dann Komma. Was soll er dann machen? Das f2 von x und ansonsten f3 von x. Und wo ich das ja so erzählt habe, ist mir gerade eingefallen. Wir können sogar hier noch eine fünfte Schreibweise machen. Die geht nämlich auch, indem wir nämlich hierbei die Kurzschreibweise verwenden. Das würde auch funktionieren mit der wenn-Funktion. So, jetzt bevor ich das hier nochmal erläutere, möchte ich kurz beweisen, indem ich das Ganze im Diagramm darstelle, dass das alles drei identisch ist. Dazu brauche ich jetzt noch ein Diagramm. Und füge das hier mal ein. Gehe also hier auf. Normalerweise würde man das Diagramm von oben runter. Ah ne, hier ist ja kein Diagramm drin. Das ist nur ein Bild. Das ist kein Diagramm, sondern nur ein Bild. Okay. Wenn ich schon eins hätte, würde ich es einfach kopieren. Aber ich mache es jetzt wirklich neu. Gehe also jetzt hier auf. Wo haben wir es? Hier Diagramme. XY-Diagramm. Nehmen das Einfachste. Machen hier noch ein bisschen Platz. Und fügen jetzt hier die Funktion ein. Ich fange mal an mit der Funktion f1 von x. Also f tiefgestellt römisch 1 von x. Hier kommt unser x hin. Und das sieht dann so aus. Also wir sollten vielleicht nochmal den allgemeinen Wertebereich entsprechend eingrenzen. Der Funktion gibt es den. Haben wir den irgendwo schon definiert? Ne, nicht den Wertebereich, den Definitionsbereich. Den meine ich. Weil das ganze Ding läuft jetzt von minus 5 bis plus 5. Das können wir hier auch noch ein bisschen eingrenzen. Dann sieht das etwas ähnlicher aus wie da oben. Also hier haben wir jetzt eine minus 5. Wir klicken einfach jetzt hier rein. Und hier haben wir eine plus 5. Das wäre jetzt f1 von x. So und da fällt auf, dass hier noch ein Fehler ist. Und der ist entstanden. Ich habe jetzt eben mal den Film angehalten und geschaut, woran das liegt. Und das ist dann, dass ich hier die Parameter vertauscht habe. Ich muss hier mit k1 anfangen und d1. Und dann sieht das so aus. Ja, das ist eigentlich die richtige Lösung. Und durch diese Vertauschung der Schreibweise wurde jetzt aus k1 d1. Deswegen sieht die Funktion ganz anders aus. Und jetzt sieht es wirklich so aus, wie es auch aussehen soll. Machen wir jetzt hier ein bisschen größer. Und gehen hier noch auf Diagramm Hintergrund. Machen den transparent. Das gefällt mir mal ganz gut. Und fügen jetzt noch die nächste rein. Also ich klicke jetzt einfach hier auf die y-Achse und gehe jetzt hier auf Spor hinzufügen. Kopieren wir das einfach von hier oben. Schmeiß das hier rein und mache da jetzt ein Römisch 2 dazu. Ja, man sieht, das liegt genau drüber. Ja, also die ist schon mal identisch. Dann gehen wir wieder auf Spor hinzufügen und machen hier ein Römisch 3 dazu. Auch nochmal identisch. Ich füge da weitere Spor hinzufügen. Das war dann die vierte Variante. Ist auch identisch. Ja, also man weiß, würde es uns ja abweichen. Aber dadurch, dass die alle übereinander liegen, ist eben quasi die ganze Zeit nur eine Funktion. Und noch eine Spur hinzufügen. Das war dann die fünfte Variante. Also hier unten. Und auch die ist mit den anderen identisch. Ja, wenn Sie wollten, könnten Sie jetzt hier noch die Stützpunkte mit einbauen. Ja, das mache ich jetzt hier nochmal, indem ich jetzt einfach hier die Stützpunkte, das waren quasi hier die Punkte, die wir halt benutzt haben. Also genauso seien diese hier. Und diese, die können wir auch nochmal im Diagramm mit darstellen. Machen wir das ja auch nochmal mit zum Spaß. Bevor ich das allerdings mache, würde ich ganz gern noch die anderen Funktionen mitzeigen. Auch die können wir noch mit einbauen in das Diagramm. Der Übersichtshalber muss man sie eh zur Verfügung haben. Also ich gehe auch nochmal auf Spor hinzufügen und nenne das Ganze f1 von x. Ja, das sieht man jetzt hier schön. Wir machen die mal ein bisschen dünner und gepunktet. Also gehen wir hier auf Linienstil und hier gepunktet und von der Dicke her machen wir es ganz dünn. Ja, das wäre jetzt die Funktion f1 von x. Dann gehen wir wieder auf Spor hinzufügen. Dann hier f2 von x. Ja, auch hier wieder das Ganze machen wir etwas dünner und gepunktet. Das wäre jetzt, das kann man kaum sehen, ist vielleicht etwas übertrieben mit der Dicke. Da kann man vielleicht doch besser machen, das ist ein Tick dicker. So, und last but not least hier die Funktion f3 von x. Das kopiere ich mir jetzt hier einfach, füge das auch noch mit hinzu und nenne das f3 von x. Ja, und um Ihnen noch einen weiteren Trick zu verraten. Moment, noch die Stickwörter lassen, aber wir wollten das hier punkten. Und hier sieht man, die müssen wir vielleicht ein bisschen dicker machen, Spurfarbe, also Spurdicke. So, dann sieht man das hier deutlicher, was hier die Hauptfunktion ist. Und das sind halt dann diese Teile. Man sieht ja halt schön, wie sich die Funktion aus den einzelnen Funktionen zusammensetzt. Ja, unsere Funktion, sei es nur f1, also römisch f1 oder bis römisch f5. Ja, ich wollte noch einen Trick zeigen, wie kann ich jetzt zum Beispiel auch noch die Stützpunkte hier in dem Koordinatensystem darstellen. Und dazu werde ich einfach hier meine beiden Vektoren übernammter stapeln. Ja, zum Beispiel alle y-Werte übernammter stapeln, alle x-Werte übernammter stapeln. Jetzt muss ich kurz überlegen, ja, das müssen wir quasi vorher einfügen. Also gehen wir jetzt hier auf Spur hinzufügen und rufen hier die Funktion Stack auf. Die Funktion Stack, die stapelt mir einfach, ich mache das mal hier daneben, damit Sie das, oder hier da runter, damit Sie sehen, was ich meine. Ich gehe einfach hier auf Stack und übergebe hier einmal x1, den Vektor x1 und den Vektor x2. Und, nein, x3 hieß der ja, da hieß er x3 da oben. Und jetzt baut er mir die quasi übereinander. Also das hier, er nimmt den ersten, also hier, das ist unser erster Vektor, minus 3, minus 1 und haut den nächsten dann drauf, 2 und 3. Hier sehen wir das jetzt, minus 3, minus 1 und 2 und 3. Und dasselbe mache ich mit den y-Werten. Also y1 und y3, gehe auf ist gleich und das haut er mir jetzt auch übereinander. Jetzt habe ich quasi erst zwei Vektoren eingemacht und das kann ich jetzt hier in meinem Diagramm darstellen. Ich hätte natürlich auch zwei Spuren machen können. Ja, einmal für den Vektor x1 und y1, also für das Vektorenpaar oder Punktepaar und dann für das Punktepaar x3, y3 eine weitere Spur. Aber ich wollte Ihnen was Neues zeigen, deswegen mache ich das, tue das Ganze übereinander stapeln und füge das jetzt hier mit hinzu. Also das wäre jetzt hier unser Stack, dieses hier und hier oben wird man dann hier auch noch eine Spur hinzufügen und hier y eintragen. Wichtig ist hier noch, das Ganze sind ja nur Punkte, deswegen müssen wir hier die spurdicke Kommissler höher setzen. Linienstil sagt man keine Linie, aber ein Symbol. Hier meinetwegen die Punkte und keine Linie. Das hat er jetzt, aber die Punkte sehen wir, jetzt sehen wir sie. Und dann sehen wir hier schön unsere Stützpunkte, wo die liegen auf unserer Funktion. Also haben Sie auch nochmal einen Trick gelernt, wie man halt Vektoren übereinander stapeln kann. Im Übrigen die Funktion finden Sie auch unter Funktionen, Vektoren und Matrizen und hier die Funktion Stack. Hier ist sie, oder Sie können natürlich auch hier auf alle Funktionen gehen und dann finden Sie auch hier die Kategorie, Vektoren und Matrizen und hier finden Sie da nochmal. Wenn Sie runterscrollen, hier ist Stack. Da ist mal eine Erläuterung dazu und so weiter, wie man damit arbeiten kann. Ja, ich war hier noch die Erklärung schuldig, warum sind die jetzt, diese Schreibweisen alle gleich. Ich weiß gar nicht, eventuell denkt sich eh schon der ein oder andere, warum das so ist. Ich möchte dennoch erläutern, weil es geht ja hier eigentlich hauptsächlich um Verzweigungen und die ganzen Matcat-Tipps und Tricks sind eigentlich Nebensache. Deswegen gehen wir zum Schluss nochmal darauf ein, woran das liegt, dass die ganzen Schreibweisen gleich sind. Also wir haben hier eine mehrseitige Verzweigung und wir haben hier einen sogenannten Else-If-Block. Else-If-Block bedeutet, dass wenn eine Bedingung erfüllt ist, schaut er sich die anderen gar nicht mehr an. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit einem Wert ankomme und der ist kleiner, minus 1, dann gilt halt das und die anderen guckt da gar nicht mehr rein. So, deswegen wird das hier entsprechend funktionieren. Was ist dann beim Also-If? Hier ist es so, klar, wenn ich jetzt hier mit einer Zahl, was weiß ich, minus 5 komme, dann ist das erfüllt, aber er prüft die anderen auch noch mit ab. Das heißt, wenn ich jetzt mit minus 5 komme, sagt er, minus 5 ist kleiner 1, ja okay, also f1 von x. Jetzt prüft er das hier ab und hier sagt er, minus 5 ist aber nicht größer minus 1 und nicht kleiner 2, deswegen gilt das nicht. Und der Else-Block, den macht er eh nur, wenn eine von beiden Bedingungen nicht erfüllt ist. Würde ich hier hingegen, ich zeige es mal ganz kurz falsch, die Kurzschreibweise verwenden, wie hier drüben, hätte ich ein Problem, ja, weil dann würde das nicht mehr funktionieren. Dann würde es nämlich bedeuten, wenn jetzt minus 5 kommt, dann sagt er, minus 5 ist dann mal minus 1, ja okay, also f1 von x. Jetzt guckt er ja auch noch mal mit rein und sagt, minus 5 ist aber auch kleiner 2, deswegen würde er f2 von x nehmen. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, müsste jetzt hier auch das anders aussehen, berühmter Vorführeffekt, macht er nicht, f2 von x, ich mache es mal ein bisschen fett, damit wir das hier sehen. Diagramme und richtig fett machen, Spurdicke. Ja, hier sieht man es schön, ja, also hier, das haut dann nicht mehr hin, ja, also das sollten Sie nicht so machen. Ich mache mal wieder die richtige Bedingung, also wenn Sie mit Else-If arbeiten, dann müssen die Bedingungen so formulieren, dass die sich gegenseitig ausschließen. So, es sei denn, Sie wollen das, ja, dass er diese Anweisungen nacheinander ausführt. In unserem Fall wollen wir das natürlich nicht. Ja, hier, das ist vielleicht, soll man vielleicht eher, ja, ist egal. Hier haben wir wieder die Sache mit Else-If, allerdings nur die verkürzte Schreibweise, ja, und die funktioniert hier in diesem Kontext deshalb, weil ich bei Else-If im Prinzip nur, sobald eine Bedingung erfüllt ist, schaue sich die anderen gar nicht mehr an. Deswegen kann ich in dem Fall die verkürzte Schreibweise verwenden. Ich bleibe bei dem Beispiel Minus 5, Minus 5 ist kleiner 1, also f1 von x und wie gesagt, er schaut in die anderen gar nicht mehr rein. Deswegen kann ich in dem Fall die verkürzte Schreibweise verwenden. Und das ist auch richtig, ist allerdings, wenn man so will, doppelt gemoppelt, ja, beziehungsweise unnötigerweise hier aufgebläht. Hier muss man es so machen, hier ist es unnötig, hier wäre das halt die elegantere, beziehungsweise kürzere Version. Ja, und gleichlich gilt jetzt hier für die Wenn-Schreibweise, also hier, die ist natürlich nicht so leicht zu lesen, ja, deswegen bin ich jetzt kein großer Freund davon, wenn ich nicht unbedingt muss. Aber dafür ist es natürlich viel kürzer, ja, da geht nicht so viel Platz drauf, wie jetzt hier bei dieser Programmier-Schreibweise. Aber die Wenn-Schreibweise ist ja vergleichbar hier mit dieser Else-If-Geschichte, ja, nicht mit Else-If. Ja, die Else-If-Geschichte können Sie mit der Wenn-Schreibweise nicht ausdrücken, sondern die Wenn-Schreibweise entspricht mehr oder weniger dieser Else-If-Geschichte. Ja, und deswegen gilt eigentlich dasselbe hier, ich gehe trotzdem nochmal darauf ein. Also die erste Bedingung ist erfüllt, bei Minus 5 kommt er an, sagt er dann als F1 von x. Wie gesagt, wenn die erfüllt ist, schaut er sich die anderen gar nicht mehr an. Deswegen kann man das natürlich als Fülle schreiben, kann man machen, muss man nicht, eher unnötig. Und hier gilt natürlich auch die Kurz-Schreibweise, weil er, wie gesagt, die anderen Sachen gar nicht mehr reinschauen würde. Ja, das erklärt, warum Sie diese verschiedenen Schreibweisen verwenden können. Okay, soviel zu dieser Übung und ich danke für die Aufmerksamkeit.